Oh, ich bin gerade etwas angespannt. Wie man vielleicht im WoW merkt. Oh, fuck. Nein! Ich weiß nicht, wie oft muss man den denn treffen, bitte? Oder mache ich hier irgendwas falsch, dass ich die olle Lampe auf den schmeißen muss? Keine Ahnung. Meine Nase juckt. Ich muss gleich schon wieder niesen. Ich weiß jetzt auch nicht, was da so los ist gerade in meiner Nase, aber anscheinend ist da gerade Dick Party. Können die nicht hier hinten irgendwo einen Checkpoint setzen? Ich muss schon wieder niesen. Jetzt putze ich mir aber mal die Nase doch. Das müsste jetzt alles mithören. Jetzt kommt der große Terror. Das Tischen im Hintergrund ist übrigens die Toilette. Falls ihr das hört. Ach. Doch, beide. Ich kann es wieder nicht abwarten. Na, hopp rein da. Was spucken die überhaupt? Das sieht aus wie so ein Batman-Logo irgendwie. Ein Batman. Nicht Batman, sondern Batman. Der böse Mann. Wow, das war fucking close. Komm her. Ach, ab hier fängt übrigens die Zeit neu an, sehe ich gerade. Boah, fuck, ey. Das Problem ist, die fallen langsamer runter, als sie dann im Endeffekt unten sind. Deswegen finde ich das dann noch etwas irritierend. Das ist wahrscheinlich nachvollziehbar. Oh, nein. Oh, nein. Eh. Boss-Fight. Toll. Oh, I missed. Was passiert da gerade? Irgendwie am Boden ist da was. Oder ist das nur ein Fail vom Spiel? Es ist immer, wenn er mit seiner Hirse an dem oberen Bildschirmrand kommt. Nein! Ich dachte, das wäre... Oh, nö. Nö. Ich dachte, die werden erst böse, wenn die auf den Boden kommen. Oh, man. Weil ich bin da doch schon oft durchgesprungen, oder nicht? Ah. Ah, toll. Ich glaube, ich war so kurz davor, ne? Ich glaube, ich muss mich schon mal ein bisschen zusammenreißen. Kann nicht angehen, dass ich jetzt hier schon 20 Minuten an dem Kack-Endboss hänge. Ich dachte eigentlich, das Ding wäre in 10 Minuten abgefrühstückt. bitketsch. Und dann alles funktioniert. Wie'd ich... Was ist das denn? Oh. 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 So, jetzt kommt mein Lieblings-Part wieder. Das war doch jetzt mal sehr professionell. Das ist jetzt einfach nur nervig, was man erwarten muss. So, um nochmal dem zu entgehen, dass der mich vielleicht noch trifft im letzten Moment. Ich krieg das noch hin. Ach, Mann, ich hab den doch. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, cool. Ah, das war so klar. Das war so klar. Boah, fuck, ey. Ich frag mich jedes Mal, warum der mich... Ne, da komm ich nie mehr dran. Ah, da hab ich auf den Spaten da, den fliegenden Fuzzi da, geachtet. Oh, Mann, das kann doch nicht sein. Wie oft muss ich den Treffen? Sechsmal? Fünfmal? Ich hab auch nicht mitgezählt. Ich muss mir die Nase putzen. Mann, oh. Ah, meine Oma ist draußen. Ach, so. Ein Jetpack wäre cool. Also jetzt nicht diesen komischen Fliegel-Döns, was wir hier kriegen können, sondern richtig ein Jetpack, wo man auch nach oben und unten fliegen kann oder so. Oder eine Wasserwelt. Das wär's auch. Was geht da draußen ab? Bitte. Ich fass voll gestern, ein Ding da mitzunehmen, ey. Ups. Ah, das hab ich jetzt eigentlich sehr ungern mitgenommen. Ich muss... Ja, genau. Reiß mal den Gang da rein, ey. Rrrt. Verkehr und so, ne? Der Fahrer. Habt ihr dann grad mal gehört. Nicht der Pfarrer. Der Fahrer. Also mit Auto. Brumm, brumm und so. Ich möchte ungern vor den Dingern da getroffen werden. Ich möchte ungern vor den Dingern da getroffen werden. So, jetzt aber. Ich weiß noch gar nicht, ist das wirklich random, wie die fällt, oder? Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, das war so knapp. Aber die ganzen Autos da draußen, ne? Doch, die Musik ist schon irgendwie cool. Ich finde es ganz gut, dass man von den Gegnern sich nicht getroffen werden kann, wenn man in ihn rein springt. Das wäre nämlich mega-arschig. Wäre es mal möglich, dass dieses Ding mal vernünftig fällt? Natürlich, hier am letzten Rand. Im Arsch der Welt, ey. So, warten wir nochmal ab. Na! Boah, das war schon wieder so knapp, ne? Wir sehen uns mal wieder. Ja! Boah, das war heute schön! Boah. So, ich danke, wir sehen uns mal auch.